Jo Freunde! Herzlich Willkommen zur 300. Folge vom DaddyShop. Heißt seit 300 Tagen mache ich jede Nacht dieses Video hier für euch. Und zur Feier des Tages habe ich mir noch ein geiles Special überlegt. Und zwar verlose ich an eine Person jetzt 300 Euro an V-Bucks. Das heißt also eine Person kann dreimal dieses 100 Euro V-Bucks-Paket gewinnen. Das sind insgesamt über 40.000 V-Bucks. Eine Person hat hier quasi den Jackpot. Also wenn ihr ein paar V-Bucks braucht und die nächsten Wochen hier euch quasi alles kaufen können wollt, beziehungsweise einfach halt ja in V-Bucks schwimmen wollt, dann macht ihr unbedingt beim Gewinnspiel mit. Ihr müsst auch nur zwei Dinge tun, um hier die 40.000 V-Bucks zu gewinnen. Und zwar ist das erstens Snoxy als Creator eingetragen zu haben. Also kurz in den Fortnite-Shop gehen und dort Snoxy als Creator zufügen. Denn nur dadurch kann ich das Ganze hier überhaupt bezahlen, weil ich zahle diese ganzen Gewinnspiele hier komplett von meinem eigenen Geld. Und nur dadurch, dass mich hier Leute als Creator eintragen, kann ich solche Gewinnspiele überhaupt machen. Deswegen verlose ich das Ganze auch nur an die Leute, die mich als Creator überhaupt eingetragen haben. Denn ja, ich will euch ja was zurückgeben. Also tragt Snoxy dort unbedingt als Creator ein, wenn ihr da mitmachen wollt. Und wenn ihr das gemacht habt, dann noch einen Kommentar schreiben. Und zwar einmal mit dem Hashtag Snoxy drin. Und wenn ihr das noch wisst, wie lange ihr etwa schon die Daily Shop Serie schaut, seit 300 Tagen mache ich das jetzt. Und ihr könnt ja mal gerne dann in euren Kommentaren dazu schreiben, seit etwa welcher Folge ihr schon so zuschaut. Das würde mich interessieren, wie lange ihr so dabei seid. Und ja, deswegen auf jeden Fall Ehre geht raus an alle meine Supporter hier. Vielen, vielen Dank für euren heftigen Support. Und in vier Sekunden kommt auch schon der neue Shop. Ich mache immer wieder so eine Reaction. Das kam mir ziemlich gut an. Also mal schauen, was heute reinkommt. Okay, okay, okay. Es ist nichts Neues, oder? Es ist nichts Neues. Oh, okay. Die Battle Pass-Stufen sind wieder da. Mal schauen, wie lange geht denn der Battle? Oh, sieben Tage noch. Okay, verstehe ich, dass die jetzt wieder reinkommen. Ähm, jo. Dann würde ich sagen, heute nichts so Spannendes. Dann fangen wir wie immer ganz links auf der Seite an. Erstmal wieder die Eiskönigin, zusammen auch mit diesen Herausforderungen, die man ja bekommt. Das ist der Backpack dazu. Ja, ist in Ordnung. Habe ich mir tatsächlich nicht gekauft. Ähm, weiß ich noch nicht, ob ich, will ich das wirklich machen? Hier, es gibt diese verschiedenen Stile, die kann ich mal kurz zeigen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich glaube, eigentlich ist schon ein Muss. Also, ich werde ihn auch für die, für die Vorstellungsvideos ja wieder brauchen, wenn ich Top-5-Skin-Kombination mache. Dazu gibt es ja noch diese Hacke hier, die Eisbotenhacke für 800 V-Bucks mit diesem Sound. Genau, das war diese ultradünne Hacke. Dann haben wir noch im nächsten Slot den Magnuskin drin für 200 V-Bucks. Da finde ich den Backpack ziemlich nice, also diesen Umhang hier. Und dazu gibt es dann noch die Ahnenschlagshacke, so eine Wikinger-Axt. Genau, mit diesem Sound. Und dann kommen wir schon zur rechten Seite des heutigen Shops. Wie immer, wenn euch die Daily Shop-Serie hier gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Mal schauen, ob wir heute wieder die 3000 Likes knacken. Und im ersten Slot haben wir den Aufwärm-Vect-E-Mode. Ja, ich finde ihn ziemlich cool. Ich weiß, es gibt einige Leute, die den eher nicht so feiern. Ich finde ihn auf jeden Fall mega cool und kann ihn deswegen auch auf jeden Fall empfehlen. Dann haben wir noch den Leuchtstab drin, der ja einen ziemlich geilen Sound hat. Ja, dazu noch so animiert hier oben, also mega geile Hacke. Auch die kann ich sehr empfehlen. Dann haben wir noch die Abtrünnige drin. Oh, ich weiß nicht. Also, ich muss ehrlich sagen, ich feiere sie nicht so. Ist halt wieder einer der eher Default-Skins. Man kann vielleicht noch sagen, dass dadurch, dass er rot ist, er sich ein bisschen mehr abhebt. Aber ganz ehrlich, ich feiere den Skin irgendwie nicht so. Da finde ich, gibt es deutlich bessere Skins. Oh, Lutzus. Zu langsam. Oh, Lutzus. Ehrenmann. Danke für dein Gift hier. Danke für dein Geschenk. Grüße gehen raus an Lutzus. Dann haben wir noch im nächsten Slot die Bad Barstufen drin. Für 600 V-Bucks sind das immer noch 10 Stufen plus 500 XP. Langsam würde ich sagen, lohnt es sich auch, dieses Set hier zu holen. Ja, man bekommt halt ordentlich Stufen dazu. Ist deutlich günstiger, als sich die jeweils einzeln zu holen. Dann haben wir noch den Adler-Emote. Der ist ziemlich, ziemlich derpy. Und im letzten Slot haben wir dann den Boxen-Staub-Skin drin für 800 V-Bucks. Auf jeden Fall ein ziemlich nicer Skin, schön preiswert. Ist ja auch so ein bisschen Try-Hard-Skin geworden. Also den kann ich durchaus auch empfehlen. Heute relativ viele Skins, die ich eigentlich ganz nice finde. Aber trotzdem irgendwie nichts, wo ich jetzt sagen würde, boah, den Skin müsst ihr haben. Also, ja, rein recht gewöhnlicher Shop, würde ich mal heute sagen. Ja, das war es dann schon auch zur heutigen Folge. Wie immer, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und nehmt auch unbedingt am großen Gewinnspiel teil, wo ich jetzt ja 300 Euro an V-Bucks verlose. Falls ihr da mitmachen wollt, einfach nur Snoxy auf Ehre hier als Creator im Shop benutzen. Und ein Hashtag Snoxy unten in die Kommentare reinschreiben. Dann, ja, könnt ihr das heute schon gewinnen. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Habt alle noch einen entspannten Tag. Wir hören uns nachher zum nächsten Video. Bis dann, macht's gut und hat rein. Tschüss. 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 Schuss. Mein Name. Schuss. Michi. Tschüss. tick esimerkisch.